Der NA-Bild Award ist jedes Jahr aufs Neue für mich ein tolles Event, wo ich mit vielen einzigartigen Jury-Kollegen die zahlreichen, unglaublich großartigen Einreichungen bewerten darf. Und davor gibt es immer eine riesengroße Diskussion und das öffnet natürlich den Kopf und lässt viele neue Ansätze einfach auch zu und das ist jedes Mal ein toller Prozess und deswegen bin ich ziemlich stolz darauf, wieder aufs Neue mit dabei sein zu dürfen.